Oh mein Gott Leute, Sarah Wagenklecht erknärt der AfD den Krieg, nicht nur der AfD, sondern auch allen anderen Parteien, aber besonders der AfD natürlich als Oppositionspartei und zwar hat sie jetzt alle Schritte dazu eingeleitet, ihre neue Partei zu gründen, ihre eigene Partei und dabei sind besonders viele aus den Linken ausgetreten, beziehungsweise haben es auch angekündigt und wollen jetzt in die neue Partei eintreten und dabei wird die Partei, beziehungsweise ein Verein wurde gründet, Bündnis Sarah Wagenknecht, ob die Partei jetzt so heißen wird, weiß ich jetzt nicht, aber ich persönlich bin jetzt kein wirklicher Fan von diesem ganzen Führerkult mäßiger, also heißt es halt so eine Person an der Spitze und ich würde niemals eine Partei nur wählen, weil jetzt eine Person an der Spitze ist oder ich einen bestimmten Politiker feiere, sondern ich würde schon die Partei wählen, wenn sie, sag ich mal, meinem Ideal entspricht, meinen Inhalten entspricht, ja mit den Inhalten, die ich feiere, übereinstimme, weil im Endeffekt, ja, kann der Politiker ja immer gehen, kann, was weiß ich was, vermisst werden, sterben, aber die Partei bleibt halt bestehen und deswegen sollte man sich nicht darauf fokussieren, aber ich kenne auch viele, die dann irgendwie die FDP oder so mal gewählt haben, wegen Christian Lindner, weil, ja, er fährt Porsche oder was weiß ich was, naja, auf jeden Fall gab es jetzt eine Insa-Umfrage, ja, eine Insa-Umfrage und zwar ging es darum, dass im Endeffekt, ja, in dieser Insa-Umfrage die neue Partei da ist, so, wir schauen mal rein und hier haben es auf x, ne, ehemalig Twitter, Deutschland wählt, also hier sozusagen werden einfach die ganzen Wahlergebnisse, Umfrageergebnisse gepostet, teilweise auch aus Österreich oder aus Polen und hier sehen wir, ist die neue Partei, das soll jetzt angeblich eine, ja, Umfrage gewesen sein, eine angeblich seriöse Umfrage und wo wir jetzt hier sehen, dass die neue Wagenknecht-Partei angeblich jetzt 12% haben soll und jetzt 12% ist schon üppig, ne, also, das ist ja das, das beste Ergebnis ja für eine Partei, die auf einmal neu da ist und ihr seht jetzt schon mal hier in den Kommentaren, schreiben besonders viele natürlich auch, ähm, aus, äh, sag ich mal eher dem AfD-Spektrum, ne, weil besonders ja hier der AfD sehr, sehr viele Stimmen wegfallen, ja, laut dieser Umfrage minus 5% und aus dem Stehgreif, aus dem Stand hat diese Partei 12% und landet sogar vor der FDP, gut, äh, vor den Linken ist ja jetzt keine Kunst, aber vor der FDP, vor den Grünen sogar fast, ja, also ganz, ganz knapp vor den, äh, hinter den Grünen und, ja, man nimmt sozusagen seiner alten Partei einfach, äh, 0,5% weg, ja, also, hier schreibt auch einer, ja, und dann irgendwie, also, man, man verlässt seine eigene Partei und, ähm, sag ich mal, von, von eher, ähm, sag ich mal, eher rechteren Parteien, also, man verlässt die komplett andere Richtung und nimmt dann von der AfD jetzt 5% weg und ihr seht auch, dass die Leute alle sehr, sehr, äh, skeptisch sind, ne, natürlich wäre das krass, aber es ist ja auch komisch, da die Partei halt, wie gesagt, noch nicht offiziell besteht, die Partei ist nicht mal da, man kann sie theoretisch nicht mal wählen, es ergibt einfach keinen Sinn, so, also, warum sollte man diese Partei jetzt auch wählen, weil man Sarah Wagenknecht gut findet oder wie, natürlich sehe das für die Ampelparteien besonders richtig, richtig schlecht aus, also, besonders, dass jetzt SPD, Grüne, FDP, wer weiß, ob die auch, äh, noch rausfliegen, die Linken werden auf jeden Fall aus dem, ähm, Bundestag rausfliegen, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, für die AfD auch sehr, sehr mies, ähm, aber ich vermute tatsächlich nicht, dass so viele von der AfD abspringen werden, kann sein für Protestwähler, ja, also für Wähler, die jetzt vielleicht die AfD in ein, zwei Punkten gut finden oder sie einfach rein aus Protest wählen, kann es sein, dass sie dann auch vielleicht die Wagenknecht-Partei als eine Alternative sehen und es wird ja immer bei der AfD gesagt, okay, so viele, die meisten AfD-Wähler sind nicht, äh, die feiern die Partei gar nicht, sondern irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, 80 Prozent werden angeblich, äh, nur, ähm, Protestwähler und die haben irgendwie angeblich so eine Stammwählerschaft von, äh, ja, äh, süßen, keine Ahnung, vielleicht minimal paar Prozenten, was ja immer so gesagt wird, ähm, was ich ja für Schwachsinn erhalte, also ich finde schon, dass die AfD eine gewisse Stammwählerschaft hat, ne, durch die letzten Jahre hat man es ja gesehen, so, ähm, ich würde sagen, die ist bei, äh, so schon Minimum, würde ich sagen, so 12 Prozent und die anderen Prozente sind jetzt die Leute, die in den letzten Jahren, sag ich mal, zwar nicht bei der AfD waren, aber jetzt von den anderen Parteien rüberwandern, weil sie unzufrieden sind und, aber nicht unbedingt nur aus Protest, sondern auch, weil sie mittlerweile von der AfD überzeugt sind, ne, also das müssen wir auch sagen, weil viele übertreiben auch teilweise mit der Anzahl an Protestwählern, ja, dass angeblich alle Protestwähler jetzt hier, äh, rübergehen, halte ich halt für Schwachsinn, so, und, ähm, generell würde ich euch auch nicht empfehlen, wenn ihr Sarah Wagenknecht vielleicht feiert oder ihr sie in gewissen Aussagen vielleicht versteht, in gewissen Aussagen vielleicht, ähm, gut findet, finde ich es trotzdem schwachsinnig, jetzt sie zu wählen, ja, auch, wählt auch nicht die FDP nur wegen Christian Lindner oder die AfD jetzt nur wegen, ähm, Alice Weidel oder, also nur, weil ihr einzelne Charaktere gut findet, ja, sondern wählt auch die Partei, weil ihr da wirklich auch, ähm, ja, zustimmt im Endeffekt und nicht einfach, ähm, weil ihr, ja, Sarah Wagenknecht halt gut findet, ja, ich weiß auch nicht, was da, was das jetzt wird, ob das da irgendwie so eine neue Art Führerkult wird oder so, wir wissen ja, Wagenknecht ist ja auch eher kommunistisch angehaucht und, wie gesagt, ich würde sie auf jeden Fall nicht wählen, aber es gibt halt besonders viele, die halt sich jetzt freuen, weil sie jetzt sehen, okay, yo, die AfD ist jetzt nicht mehr so stark, okay, krass, die AfD wird jetzt gestürzt von Wagenknecht, Wagenknecht leitet irgendwie einen neuen Kuhbein oder was weiß ich was, aber Leute, wir haben hier was und zwar schauen wir uns Amira Mohamed Ali an in Sachen, ja, Abschiebungen, ja, ich habe jetzt einfach Hashtag Wagenknecht eingegeben und das hier gefunden, schauen wir uns einfach mal an. Ähm, bist du generell gegen Abschiebungen? Ich bin generell gegen Abschiebungen, ja. Egal wohin, egal wer. Ja, also da... Also generell gegen Abschiebungen heißt, man kann einfach hier illegal hinkommen, jede Scheiße machen, kompletten Scheiß machen, ja, keine Ahnung, vielleicht noch so ein langes Strafregister, ja, so viele Strafanzeigen, aber, ja, sie ist gegen Abschiebungen, ja, Abschiebungen sollte man nicht machen, ja, also man kann einfach illegal, also es gibt keine Grenzen, ja, im Prinzip, ja, einfach Grenzen werden einfach aufgehoben, ja. Donald Trump hat zum Beispiel mal gesagt, wenn du keine Grenzen hast, dann hast du kein Land, wo ich ja zum Beispiel auch zustimme, so. Ich meine, wofür gibt es überhaupt Grenzen? Ja, jetzt kommen natürlich irgendwelche Leute, die sagen, ja, aber jetzt Globalisierung und so. Nee, Mann, aber man kann nicht einfach illegal in einem Land leben, ja. Da sind wir natürlich bei der grundsätzlichen Frage. Also ich bin generell gegen die Abschiebepraxis, wie es jetzt passiert, es gibt keine Abschiebungen nach Afghanistan, keine Abschiebungen nach Syrien, gar nicht. Sie ist generell gegen die aktuelle Abschiebepraxis, oder? Keine Abschiebungen nach Afghanistan. Ich bin generell gegen die Abschiebepraxis, wie es jetzt passiert, es gibt keine Abschiebepraxis, wie sie bis jetzt gibt. Wie viele Leute werden abgeschoben, also es gibt 300.000 Ausreisepflichtige und davon werden eben ja so 10.000 bis 15.000 abgeschoben. Und sie sagt, sie ist gegen die aktuelle Abstiebepraxis. Die aktuelle Abstiebepraxis ist ein kompletter Witz, ein kompletter Witz, ja. Und es wird nicht nach Afghanistan und nicht nach Syrien abgeschoben, ja. Obwohl dort ja auch kein Krieg mehr herrscht mittlerweile. Okay, in Syrien teilweise, aber so zwei Drittel ist ja wieder unter Kontrolle von Assad, ist ja wieder sicher. Aber es wird da auch gar nicht hin abgeschoben, ja. Es werden sogar eher Leute aus diesen Ländern hier hingeholt, ja. Wer hat da diesen Skandal, dass Baerbock jemanden mit gefälschten Pass trotzdem hierhin holen wollte? Und sie sagt jetzt, ja, keine Abschiebung nach Afghanistan oder Syrien. Ja, es finden auch keine dahin statt, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Keine Abschiebung nach Afghanistan, keine Abschiebung nach Syrien, gar nicht. Also jeder Mensch, der geflohen ist, aus der Not geflohen ist, der muss hier bleiben können. Nee, der muss nicht hier bleiben können, ja. Vor allem, was heißt Not? Es gibt verschiedene Arten von Not. Ja, Geldnot. Geldnot gibt es ja auch. Ah, okay, ich habe Geldnot. Ah, da kannst du ja hier bleiben, ja. Also der muss nicht hier bleiben, ja. Der muss nur so lange hier bleiben, beziehungsweise wenn sein Antrag gebilligt wird. Ja, wir müssen, er muss gar nichts erstmal, ja. Der Staat ist ihm erstmal nichts verpflichtet. Der Staat ist erstmal dem deutschen Bürger verpflichtet, ja. Der deutsche Bürger ist das Souverän. Und wenn der Staat anderen helfen kann, schön und gut, aber dann auch nur, solange die Gefahr im Land ist, ja. Wenn die Gefahr vorbei ist, dann ist der temporäre Schutz abgelaufen und dann muss er wieder zurück. Der muss hier auch eine Perspektive haben können. Also, wenn ich mir vorstelle... Na, welche Perspektive? Er sucht ja nur Schutz. Er will ja nicht hier leben. Er sucht ja nur temporären Schutz. Dass man sozusagen hier ist und man muss befürchten, egal wie lange ich auch hier war. Ich bin jetzt ein Jahr hier, ich bin jetzt zehn Jahre hier. In dem Moment, wo bei mir dann zu Hause... Ja, zehn Jahre, sag doch gleich für immer. Oder zu Hause, da wo ich hier komme, das ist ja vielleicht zu Hause mittlerweile auch hier. Da hört es die... Keine Ahnung, wo sie herkommt. ...Klurungssituation aus und dann muss ich wieder zurück. Das ist doch fürchterlich. Ich meine, wie will man dann hier ankommen? Das geht ja nicht. Das ist doch das geltende Recht. Das ist doch das Asylgesetz. Das Asylgesetz sieht vor, du kommst hier hin, wir geben dir einen temporären Schutz. Ja? Du bist ein Schutzsuchender. Du kriegst alles von uns, damit du hier deine Grundbedürfnisse befriedigen kannst. Damit du hier erstmal in Sicherheit bist. Wenn du vielleicht länger hier bist, oder sich die Gefahr nicht mindert, dann kannst du auch in die Gesellschaft eingegliedert werden. Da kannst du auch ein Teil dieser Gesellschaft werden. Aber eigentlich, fürs Erste ist es ja nicht so gedacht. Natürlich, wenn sie jetzt länger hierbleiben müssen, weil sich die Lage nicht bessert. Klar, warum nicht? So. Aber im Endeffekt ist es halt kompletter Schwachsinn. Ja, das ist so dieses, holt einfach alle rein, ohne Plan. Und lasst sie einfach für immer hierbleiben. Auch wenn die Gefahr jetzt schon längst abgelaufen ist. Wie gesagt, für mich, diese Partei ist kompletter Schwachsinn. Ja, ich verstehe nicht. Vor allem, wenn man jetzt die AfD wählt. Die AfD wird ja besonders gewählt wegen dieser ganzen Migrationsdebatte, Asyldebatte. Ich verstehe nicht, wieso jemand, der die AfD wählt, zu dieser Partei rüberschwappen sollte. Also, es ergibt von vorne bis hinten einfach gar keinen Sinn. Außer du bist ein reiner Protestwähler. Also, du wählst einfach nur die AfD, um irgendwie Druck auszuüben auf andere Parteien. Ja, wie gesagt, was sagt ihr zu der Wagenknechtspartei? Glaubt ihr, sie hat irgendeine Zukunft? Ja, schreibt es in die Kommentare. Haut rein und ciao.